Ich zeichne jetzt Babyboy und ich werde jetzt Fußabdrücke von dem Kleinen gleich machen. Als allererstes brauche ich zwei Bleistifte und habe dann auch angefangen zu zeichnen. Ich weiß, ich bin nicht die beste Künstlerin, aber ich habe mir Mühe gegeben. Es ist übrigens eine Comicfigur. Die Füße habe ich extra nicht gezeichnet, weil da gleich die Fußabdrücke hinkommen. Ich habe mehrere Kopien für euch gemacht. Könnt ihr jetzt in meiner Story sehen, schreibt mir einfach, wenn ihr eine haben wollt und auch Fußabdrücke von euren Kindern machen möchtet. Dann könnt ihr das damit super machen. Ich habe auf jeden Fall erst mal mit dem rechten Fuß angefangen und dann mit dem linken Fuß. Und ich finde, das sieht einfach so knuffig aus. Als er sieben Monate alt war, hatte ich auch eine Zeichnung. So groß waren da seine Füße und jetzt mit neun Monaten sehen die so aus. Ich finde es eine süße Erinnerung.